Hallo, hallo, hallo. Wie findest du das? Das hatten wir noch nie. Das hatten wir noch nie, oder? Ich finde auch, das hat irgendwas. Das hat sowas Männliches. Ja, Mr. Special Effects. Ja, genau. Was ist der denn jetzt? Machst du jetzt einen? Machst du Wissenschaftler oder was? Ja, dann mach mal einer Wissenschaftler. Oh, ey, oh, ey. War ein Puff, na, war so. Ich glaube, der Pausefrosch ist wieder was. Ist das von Fasching, das Ding? Ah, jo. Das Ding, der Muschimagnet. So, Dr. Brausefrosch, ich glaube, der Pujan kommt gleich wieder. Ach, auf den habe ich keinen Fall. Du musst, glaube ich, jetzt wirklich mal nicht verpieseln. Na gut, ich mach mich. Überhaupt nicht auffällig, dass wir beide dasselbe T-Shirt tragen. So. Boah, Mann, ey. Hab ich einen weggestrollen. Ich meine, da bin ich wieder. Ich habe mir auch die Hände geworfen. Hallo, hallo. Stopp. Okay. Hast du gerade ein Kommando gekriegt? Ja, warte mal ganz kurz. Vom CIA oder wie? Mhm. 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 Okay. Hast du keinen Bock drauf? Ihr seid nur neidisch, dass nur ich die Stimme habe. Einster, der deinen Namen trägt. Ja. Mal dezent. Du hustet. Okay. Spann mal. Nein, okay, auffällt jetzt. Oh, Alter. Kann man einen Goldteiler mit holen? Da kann ich das ganze Fleisch mit füllen. Ready, steady, go. So. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal kurz aufs Klo. Kannst du so lange weitermachen ohne mich? Ich werde ja müssen. Gut. Scheiße. Hätte ich nur gewusst, dass das so viel Arbeit bedeutet. Zack. Servus, Sascha. Ja. Das müsst ihr mal lesen. Boah. Was denn? Deine Seife. Ja, das ist Seife. Die ist normal. Das ist immer so. ARD Text im Auftrag von Funk